Ja YouTube, heute mal wieder ein Video für euch. Wie ihr sehen könnt, heute was ganz besonderes, auch für mich was ganz besonderes, weil ich diesen Motor sehr schätze und sehr gerne mag und zwar haben wir hier den TTRS, in dem Fall Modellbezeichnung 8J, also die Generation, nicht die aktuelle Generation, sondern 1 Vorgängergeneration. Wir haben Serie an diesem Fahrzeug eine Leistung von 340 PS und 450 Newtonmeter. Allerdings ist dies hier ein TTRS Plus. Das heißt, wir haben statt 340 PS 360 PS, 465 Newtonmeter, das heißt 20 PS, 15 Newtonmeter mehr. Und wir haben dazu die VMAX automatisch schon bei 280 abgeriegelt. Bei der normalen Version vom TTRS liegen wir bei 250 und optional können wir dann auf 280 erhöhen, kostet in dem Fall Aufpreis. Was ich an diesem Fahrzeug am schönsten finde, ist einfach die Thematik Sound. Und das ist das, was wir jetzt als erstes machen, bevor wir weiterreden. Wir gehen jetzt nach hinten und wir hauen uns den Sound an. Bis gleich. Das ist das, was wir jetzt an. Bis gleich. Das ist das, was wir jetzt an. Bis gleich. Das ist das, was wir jetzt an. Bis gleich. Ja, jetzt hoffe ich, dass euch das kleine, aber feine Soundpfeil gefallen hat. Ich muss sagen, 5 Zylinder ist einfach was für die Ohren. Wenn man da drinnen sitzt, das ist Fahrmaschine Park, es macht richtig Spaß und warum ist das Auto hier? Natürlich, dass es nachher noch mehr Spaß macht. Bei diesem Modell ist es so, nur durch einen Datenstand, d.h. durch einen Software-Datenstand sind so knapp 420, 430 PS und fast 600 Newtonmeter an Mehrleistung möglich, ohne dass ich irgendwas an der Hardware mache. Sinn macht, wenn man eine Downpipe verbaut, dass man einfach den Turbolader ein bisschen freier atmen lässt, ist aber kein Muss. Es geht über 400 PS ohne, dass man an der Hardware etwas verändert. Preislich bei dem Fahrzeug, aktuell in der Aktion liegt es bei 899 Euro, ist die reine Software-Geschichte. Hardware, natürlich optional. Downpipe, Turbolader upgrade. Es gibt genügend Möglichkeiten, wo man mit diesem Fahrzeug machen kann. Aber, ich bin der Meinung, hier reicht eine reine Software. 420, 430 PS, 600 Newtonmeter in diesem Auto macht richtig Spaß. Was wir hier für ein Problem haben, das muss man offen ansprechen, wir machen auch mal Fehler, das ist einfach so. Hier ist bereits eine Software von den Mitbewerbern drauf, allerdings läuft das Fahrzeug nicht sauber. Das Getriebe ruckelt. Beim Schalten leichte Unterbrechungen, bis wieder Gas da ist, bis wieder Druck da ist. Und das werden wir uns mal anschauen, werden uns die Sache annehmen und werden hier einen passenden Datenstand für Motor und Getriebe, in dem Fall haben wir hier das 7 Gang S-Chronic verbaut, anpassen und dann wollen wir hoffen, dass dieses Fahrzeug wieder sauber läuft. Noch kurz eine Info für euch, das Fahrzeug wurde von 2009 bis 2014 produziert und die TTS-Plus-Modelle gab es nur von 2012 bis 2014, das heißt, die gab es nur zwei Jahre. Entweder 6 Gang Schalter im TTS, auch möglich, oder eben 7 Gang Tronic, in dem Fall aber 7 Gang Tronic. Jetzt würde ich sagen, wir brauchen da gar nicht viel zu sagen, ihr habt es gehört. Es wird noch ein weiteres Video folgen zu dem Fahrzeug und jetzt wünschen wir euch einen schönen und erholsamen Abend und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.